The power of the dark side Wie war das jetzt? Kommt die Begrüßung, gell? Bitte Begrüßung? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Timetube. Heute mit mir am Fähchen. Mit dabei sind Sturmtruppler. Hi. Sturmtruppler. Hi. Sturmtruppler. Hi. Sturmtruppler. Bude. Sturmtruppler. Servus. Und Sturmtruppler. Hallo. So, dann gucke ich jetzt mal an, was ihr da so alles gemacht habt. Natürlich. Ich komme online und bin im Verzurs. Die Spawnzeit muss jetzt noch 5 Minuten sein. Der Tericino wollte man leveln, oder? Als Letzter. Ja, irgendwas einfach leveln. Ja, und fahren, ne? Dann gehe ich gleich mal auf die Spawnzeit. Ich ziehe in einer Schuhe. In welcher Richtung muss ich eigentlich die Schlucht abdecken? Äh, da wo es direkt in den Wald geht und so. Weißt du was lustig ist? Ich habe keine Gates. Okay. Mein Infosstand war, ich habe hier Gates, aber hier sind keine. Nein, da sind auch keine. Jetzt wurden sie geklaut. Dann wäre sie tot. Nicht zweit. Klaut auch keiner Gates und rennt dann wieder weg. Naja, ich habe hier einen Charakter, der ist nackt und einen Raptor, der ist leer, also. Oh, ich stehe direkt neben dem Kano. So, ich... Und was Beste ist, ich habe keine Ahnung, wohin. Ja, ja, ich hole dich ab. Bei, bei dem gelben Bronte? Ja, hier. Du hast keine Gates dabei. Nein. Ah, warte mal. Haben wir irgendwas zu sprengen? Nein. Oh, nee. Ja, äh, wir sollten uns verziehen. Ach, nee, ich habe... Wo soll ich platzieren? Juhu. Lass mal ein paar Fabricator bauen. Äh, um den Teleporter. Äh, weg, 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 weg. Pfeif, Pfeif, den Raptor. In meinem Inventar wäre das Ding gewesen. Warum ist hier... Warum ist denn da ein... Da kommt der mit einem Pferd. Ja, ich weiß, der ist ein Farmpferd. Der Paracel ist übrigens so eingestellt, dass der nur auf Spieler schießt und nicht auf Tiere. Ja, das weiß ich. Also irgendwie ist beim letzten Mal genauso gestorben, nur dass der nicht, äh, sich hingeportet hat, sondern schon da standen und er ihn nicht gesehen hat. Das Mögliche, weil hat er sich sogar hingeportet. Setzten du die anderen zwei Fabricator? Ich habe mir jetzt mal kurz einen Sniper besorgt, wie ich, äh, entfernen ihn als noch. Ist da einer eigentlich drauf oder steht er einfach nur da drin? Ja, Metall ist jetzt eher hier. Ich glaube, ich mache mir jetzt noch einen MF-Rodschuss ran. Äh, steht der Paracel da drin? Ist da der Base drin oder wie ist das? Da ist halt ein Teleporter drin und der Paracel kommt immer wieder hin, um den, äh, anderen, der, äh, da Metallfarm abzusichern. Ah ja. Haben wir irgendwas zum Sprengen? Irgend? Noch nicht. Wir brauchen... Den Teleporter zu Sprengen. Ja, wir bräuchten dann noch mal Dino, okay? Ah, es bringt nicht wirklich, naja, es bringt kaum was. Irgendwo ist Steine? Kann ich mir... Nö. Wir könnten halt den Teleporter einwohnen, nur die Gefahr, dass dabei wieder jemand stirbt, ist halt relativ hoch. Wer hat denn noch einen Dödel, ne? Kann ich mir eine Flinte und so weiter quarten? Wo ist denn der? Äh, steht oben links neben der Base. Kann ich mir schon eine Flinte quarten oder... Jaja, klar, mach. Oben links neben der Bedeutung. Ich will da kein Dödel. Hm? Ich will den Dödel. Was ist los? Rudi, soll ich dir helfen? Wenn du gerade kein Dino hast, dann bring mal den Dödel hoch. Ja, wo ist der? Ja, unten da, wo, äh, Feechen gerade gestorben ist. Der stand da aus irgendeinem Grund in der Schlucht rum, ich hab keine Ahnung warum. Ich zieh den gerade nach oben. Gut, halt. Wird der vielleicht getamed? Ja, anscheinend. Ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass denn irgendwer gelebt hat. Oh, wo denn vielleicht? Für Bahamut-Gate fehlt alles. Kein Holz, kein Steine, kein Tetsch, zumindest nicht in das Mittel. Ich will alles zusammensammeln und ein bisschen schränken. Ich bin hinterer Aufgang, wenn jemand den will, die abholen will. Da steht auch der Raptor rum. Ich bin richtig, ich komme gerade runter in meinem Bus. Ah, okay. Ich bin richtig, ich bin richtig, ich bin richtig. Ich bin richtig, ich bin richtig, ich bin richtig. So, Spein ist noch intakt. Ich muss die Kristalle holen. Metall bringe ich auch gerade noch mit. Metall, Stroh, Holz. Holz und Stroh und Fiber. steine finde ich wo normalerweise steinschrank oder am dödel gut wenn der dödel weg ist dann haben wir auch keinen stein da doch die ist also ist unterwegs aber hola hat ihn jetzt mit der pentinenaufgang also hier ist keine steine steht unten beim aufgang einfach also habt ihr es wieder da kann man brontos sehen könnt ihr oben einfach mal so 10 touch foundations einfach irgendwo kurz hin bauen weil ich brauche noch mal mehr forges weil wir einfach viel mehr wir haben uns noch was du baust das bmf toren ja aber zu werden noch steine hat irgendwie noch vergammeltes fleisch ich habe gerade gedacht weiß gott was er erwischt hat war einfach daran denkt ja ich habe keine admin commands an nein man soll es ja extra nicht sehen wenn er es eingibt ja und wie viele vor allem also der dödel steht und ja ich nehme also ich habe ein geld den gekriegt und es fehlt an stein ja ja der dödel kommt gerade hoch oh gott passiert ist auch einfach mitten im kabel wir haben gerade übrigens deutlich verschnellert also passt auf was ihr macht wie er deutlich verschnellert ja es ist nicht äh standard es ist schneller als standard ja hab ich gerade gemerkt dass ich froh war so macht das einfach mal so die ganze zeit oder ja das machte so eine zeit aber aufpassen was ihr macht ihr macht die ganze zeit rum der dödl steht unten beim aufgang wo ist der aufgang bei der base runter einfach rechts von dir runter jetzt jetzt ist wieder verlangt oder ne ach so ne ich bin verlagt überladen also ich habe keine ahnung wo jetzt hier der döddesigner ich hole den hof ich darf warum es da waren gerade wie scheiße kann es sein ja was im server nicht gut tut bedankt nicht bei bugs er eingestellt ist 160er server pink gz ich habe nur 120er ja gut jetzt fang ich auch wieder bei 80 äh er soll aufhören einfach lassen wie sie ist er ja so ich fasse auch dann das game so äh fähig ich hab stein meistens mal in die werkbank rein ja ja mach ich komm grad mit dem baby hoch äh äh wo ist der zweite teleporter hin hin irgendwer mit ist auch oben jetzt kommt wieder die viel zu kurze nacht so vier fabricator und zwei smith e ich kann nicht reden auf jeden fall die maschinen stehen oben hier weiß jemand wo der eine teleporter hin ist eine ahnung wahrscheinlich ob wir in der smith e war vorhin einer ok dann liegt er wohl da noch ja ok wir sollten aber noch mehr machen dass so jeder zweite einen hat wir können wahrscheinlich nur maximal drei setzen sowieso also ja aber nicht wir sollten mehr haben dass ne falls einer einen setzen muss der den dabei hat und nicht einen holen muss beim re-hate ja im ideale fall sollte jeder einen haben so äh fechen was brauchst du noch an ausrüstern äh ich hab jetzt ne flinte ich hab keine pfeile wenn es uns tamen geht ja gut das hab ich auch noch nicht und es fehlt noch ein beharmut geld also zwei hab ich jetzt aber ich denke wir werden drei brauchen zum absichern hat irgendwer gammelfleisch oder wir haben narkotik oben über 500 ah wo wir haben eine chemiebench wir haben eine chemiebench narkotik oben okay hr 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 äh, teleportiert sich nur durch die Gegend. Okay, drei Gates und drei Tyrann sind jetzt fertig. Oh, brauche ich sowas wie Grapplinghooks? Mach mal gerade welche, weil ich brauch sie immer, wenn ich sie nicht dabei habe. Aber du kannst, sonst mach da auch noch welche. Da ist gerade noch Material drin. Längst habe ich jetzt keine Steinpfeile mehr. Oh, schade, ich habe einen Raum. Bist. Noch mal mehr Forges. Dann mit Tain mit Pfeilen, ne? Haben wir noch irgendwo Flint für Pfeiler? Äh. Hier sind 114er weibliches Paracere heranwachsen. Direkt unterhalb unserer Base. Die Frage ist halt, wie lange sie am Wachsen sind. Das ist kein Problem. Genauso wie ein 156er Rex heranwachsen. Ja, wie groß? Adolescent schon? Oder noch Baby? Heranwachsen. Heranwachsen, das ist die zweite Stufe. Dauert noch ein bisschen. Wann kommt Impi jetzt genau? Äh, 18 Uhr. Wenn alles gut geht. Wenn alle weggeklatscht hat. Wetten, nachher kommt die Nachricht, ey, ich stehe im Stau, dauert noch ein paar Stunden. Ja. Ich glaube, da glüht die Hupe. Auto abgebrannt. Warum ist das Auto abgebrannt? Ich musste hoopen. Genau. Also, ich habe jetzt Narkotics einstecken. Ja, ich habe auch gleich Pfeile wieder. Also, Betäubungpfeile. Ach, WÖ. Ich kann mich bewegen. Warum wir Öl? Nimm mit, wenn du was hast. Wieso? Nee, ich habe letztes Mal über 10.000 geholt. Also, ich glaube, wir brauchen erstmal keine. Ja, wir brauchen jetzt nichts wegzuschmeißen. Hast du noch irgendwo Flint? Nee, ich kann dir gleich Pfeile geben. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ah, da. Ich schmeiß mal in den... Stein-Elementar. Wo bist du? Mein Terry. Ja, wo bist du? Wieso zur Hölle ist da ein Stein-Elementar? Äh, schwarzes Gebiet. Können wir die nicht tamen? Doch, können wir tamen, aber wir haben die Sachen dazu nicht. Alter, da war kein... da war kein Stein. Der war urplötzlich da. Ich muss den Terry rufen. Wie weit im schwarzen Gebiet? Wäre echt keine schlechte Idee, den zu tamen. Lass einfach mal schnell in der Kanone. Ja, haben wir irgendwie in der... Pillar, dann stacken wir den da fest und dann ist es... Ich muss schnell hinrennen. Kleinen Moment. Der ist in der Nähe, der Base. Ich glaube, ich weiß, ich renne hin. Das war mies. Ich habe nur noch ein Gerüttel gehört mit so... Wir wollten aufsteigen und waren ins eine tote. Ich selber will, dass Terry überlebt ist. Wie lange ungefähr? Entweder können wir uns das leiten, Materialien für den Kunkern. Und gerade 6000 Leben, also ein bisschen überlebt er schon. Wo ist denn der? Das Ding ist halt heftig. Lauf hinten lang, hinten lang. Also eine Kanone können wir uns auf jeden Fall da. Nicht im schwarzen Gebiet? Doch, natürlich ein schwarzes Gebiet und was war dahinter. Ich glaube, es geht halt auch um die Kugeln. Ja, du musst zu dem Kristallspot. Guck, der Kristallspot schafft immer einen Überblick, weil ein Golem wird uns echt hammer, hammer geil. Ja. Und Paratheer, also Paratheer und Golem. Was für ein Level war der? 72. 72 wird sich schon lohnen, ja. Ach, zu dem Metallspot. Ich bin jetzt gerade im Kreis gerannt. Kristallspot, nicht Metallspot. Ich sehe meine Leiche. Ja gut, dann macht er... Ja, kloppt noch auf den Terry ein. Ja, dann pfeife ihn. Ich habe ihn gepfiffen. Oh, mein Gott, da gehen auch andere Tiere auf ihn los. Ja, wir sind auch auf den Terry und Tau. Hyennadorn gehen auf ihn los. Ich habe ihn aber, ich habe ihn aber. Ja, die jene sind hier relativ unwichtig. Na, wenn nicht, wenn es zehn Stück sind. Ja, trotzdem, die rennen schon relativ schnell weg. Ich so einmal mit dem Terry und dann... Ey, das ist so lächerlich. Warum muss er ein scheiß Golem sein? Oh, da ist ein Saberer einfach. Direkt vor unserer Base. Ey, welcher Aufgang? Welcher Aufgang? Äh, die Brücke. Echt jetzt? Na, von da komme ich gerade. Jetzt. Äh, der Rennrad rein bei uns. Was? Rennrad bei uns rein. Hä? Der Rodi, hilf mir. Ich nehme den Raptor auf voll und bin wieder auf dem Terry. Ja, das ist uns unsere Nachbarn, weil der kam genau aus der Richtung. Naja, von da kommen mehrere. Der lag mehrere. Egal. Ähm, Saru, die brauchst du jetzt noch einen Narko-Pfeiler. Ich habe jetzt 100 und stell noch Herren. Wo ist er denn jetzt? Ich habe jetzt auch 80 Narko-Pfeiler und ich kann auch mehr machen. Also ich würde sagen, dann gehen wir beide los. Wir sind schon in der Welt wieder. Dann gehen wir beide jetzt los. Ich habe aber gerade ihren Raptor. Ja. Willst du den Rennrad? Ich bin sofort da. Genau. Sobald du da bist. Ich glaube, es war die nicht gut. Mehr Eisen, ne? Äh. Ja, wollen wir die Fortis machen? Wo waren jetzt die Gates zu platzieren? Wie bitte? Wir machen die Fortis, oder? Hätte ich gesagt. Naja, ich hole jetzt Eisen wie Farbeck dran und Holz. Da, wo du gestorben bist, Pferchen. Wo ist denn der Typ mit der Katze? Der war genau vor unserer Base. Das ist richtig, halt. Das ist so riesig, wenn du da jetzt wieder hinrennst und der dann dich zufällig wieder dahin teleportiert, dann bist du sofort wieder tot. Ja, dann geht's halt nicht sterben, ne? Na, ich bin schnell genug. Ich komme vielleicht sogar weg. Ich habe eben nämlich auch die Turrets gesehen und bin gerannt. Ja, bis ich es gehört habe, war es schon gut. Ja, warte, nimm mal aus meinem Dingens den Teleporter raus. Zähler, wollen wir gleich zusammen gehen? Nein. Was machen? Ich weiß es. Ich bin hier ausschiegt. Alles voll mit Fortis. Ja, gar selb, bräuchten wir doch noch. Ja, wir gehen sofort los. Ich warte auf den Rapport. Habt ihr es da? Hat irgendjemand mit irgendeinem Tier runtergesprungen? Ja. Ah, okay, gut. Was zur Hölle? Was habt ihr denn jetzt wieder gemacht? Was denn? Geforge es wieder ab nochmal. Ja, sowas. Wir brauchen mehr Metall jetzt. Ah, scheiße, wenn ich backe. Hui, okay. Also, mache ich jetzt... Vergesst das mit dem Ton. Ich weiß wer da. Macht sich jetzt irgendwer dann auf, den Steingolem zu teilen? Also bitte mal den Terry-Ziner ausladen. Ich habe Kristall und Polymer dabei. Bestimmt erstmal eine halbe Stunde beschäftigt mit Fortis auffüllen. Wo soll denn der Terry hingestellt werden? Aber bei so... Ach, so viele sind es doch gar nicht. Äh, tut... Ich denke mal eher zur oberen Tür. Nee. Lad doch gleich aus. So, äh, also... Das mit dem Ton könnt ihr vergessen. Was? Ich wurde gerade direkt von, äh, Toritz erwischt, als ich nur in den... Da reingehen wollte. In die Schlucht. Glücklicherweise waren die aus innen Gründen nicht auf mich, sondern auf meinen, äh, Terrorbird gerichtet. Welche Schlucht denn? Die direkt bei uns vor der Tür. Wenn du hinten rauskriegst. Wenn du Metall fahren willst, oder? Ja. Nach hinten raus, in diese enge Schlucht. Der Rockgolem hatte kein bisschen Schaden gemacht, Terry. Ja, da. Rockgolem macht doch keinen Schaden. Wo... Außer mir natürlich, äh... Ja, wenn er dich mit dem Stein erwischt, ist klar. Ja, klar, hat er auch. Ähm, wie sieht's aus? Brauchen wir Charcoal, weil dann geh ich im schwarzen Gebiet fahren, weil da krieg ich... Äh, Jean? Kann ich mitkommen? Äh, wenn jemand will, kann er nachher nochmal versuchen, den... Äh... Die Schlucht zu zu kleistern. Und man bringt mich, weil dann... Der drinsteht. Die Schlucht zu knallern. So... So... Sehe ich ihm dann... Wir haben nur einen Pärerbrücken. Lauf mit mir den langen Weg. Ja. Warte, komm. Ich geh grad gar nicht zu meistern. Ähm, hier in die Richtung... Woa. Ich wollte noch gar nicht... Wurde hier in die Richtung? Woa! also in die richtung wir können ja auch durchs schneegebiet gehen so in welchen soll ich mal das probleme erinnern hätten wir irgendwas zu trinken hier oder kommen dann was zu trinken vorbei kristall hier gleich in den ersten dreien denke ich mal ist dieser diplo der blaue da unten ist der von uns ja mit dem bin ich schon unterwegs okay gut höchste metall oder ja aber es kommt gleich noch mal hoch wir brauchen auf jeden fall der stein ich werde mal steine holen ich brauche aber jetzt erst mal wieder ich mache jetzt ich mache jetzt mit holz voll die fortschichten das paratia was ist das oder wir haben hier direkt vor der tür paratia 102 sterne mit was ist das dahinten das will ich jetzt gerade gucken anstandslos ist bei uns in der nähe ja 174 nehmen wir das nehmen wir beide ziehen wir den zudem ist wenn wir jetzt hier noch mal etwas wie wir jetzt gelaufen sind wir schon wieder die nächsten bei machst du die ding mit fotos plan die fortschichten tolls plan wie viel soll in jeder rein 500 wollen wir legen wollen wir hier legen oder wollen ja da wollen wir in richtung base wobei 250 reichen auch in die base ziehen 250 reichen auch dann habt ihr wenigstens mehr euro ruhe als dass wir dort machen würden könnten wir konnten wir ihn nicht mit könnten wir ihn vielleicht mit gates trappen könnten wir machen wenn jemand in der base gates bauen würde welche wie groß naja für paratia stein gates ganz normale dino stein gates wir haben schon drei bier mit gates in der base nicht wir könnten auch die nehmen nein klar direkt da an die metallpäts dran die schon stehen stimmt das macht aber hier dann ich habe ich ja so ein bisschen vor baust du schnell ja wahrscheinlich dauern aber wo hast du die hingelegt er in die werkbank durch ein dino geld kommen die an der tour richtig ja genau aber dann können wir die vorhandenen dino geld haben ich schon als als kasten nutzen wieso ist das räumt ihr gerade alles hoch oder ich habe nämlich gerade mit dem ich wollte mich gerade mit meine spitzhack und achse brauchen plötzlich mal nichts mehr drin ja gut dann komme ich mal hoch an die smithy und macht auch ein zeug gut weil ich habe beritten selber bei mir und den fahrers habe ich gleich um 100 schlug und so weiter auf der brücke bin ich inzwischen ja komm ich komme gleich mit dem terezin und prügel typ ich bin gerade mit dem raptor da das ist der von ich war anstand so ich weiß nicht ob sein jetzt beim behemoth geld einsperren oder beim bei den metallgates hat sich was macht der da und jetzt ist er unten ne ist er nicht ach der da wenn mich oder ich ihn bei den metallgates der greift das ist das schönste wenn sie das immer versuchen ich kriege wahrscheinlich gleich eine bola von hinten ich kann es nicht einbauen ich sehe es nicht welchen metallgates welche seite brücke oder brücke auch jetzt stacke ich hier mit dem die bloß und ich kriege es nicht eingebaut wenn der mit meinem galli kommt dann wird er mich gar nicht mehr sehen an welchen zeit also ganz unten da wo ist es bei der brücke vor rein und gucken und rechts achte du mal drauf dass hier keine jetzt ankommen und noch mal kurz holz und dann müssen wir im metall holen ich muss mich dann ganz streng bringen bringen macht macht hinten die tür wieder zu macht die tür zu machen ich bin gerade dabei du machst sie gerade wieder auf wenn du sie gerade zu massieren hast du gerade angefangen zu schließen oder wie der paraseer ist ja nicht auffällig ich bin hier ich bin übrigens am verdursten ich bin hier f*** in mein ehl erstmal wieder genug gold ja nein ist nicht wie viele feine braucht du ungefähr keine ahnung unsicher vor allem weil ich keine waffen habe aussagen crossbow roter drop genau in der hause ein beton ente in jeden fort erstmal nur 500 oder hätte ich gesagt ja ja können wir machen einfach mal alle erstmal brennen ich habe auch noch holz in dem holzschrank und den schränken nebendran ja ich habe es nochmals geholt also müssen halt jetzt erstmal alle wirklich anschalten einfach wirklich alle mal laufen und dann kann man immer nachlegen wollen wir danach gleich den anderen noch holen würde ich fast sagen also bombe boah ist es dunkel also guck mal vielleicht wird der andere auf den unseren Nachbarn getamed wenn das wirklich unsere Nachbarn waren jetzt wird es wieder dunkel ok jetzt guck mal ob da drüben noch der andere Paraseer steht ja die quer du 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 Oh TeeDee!